Es ist immer das Gleiche. Um abzunehmen, braucht man Disziplin. Und die beweist gerade auch der Megastar Britney Spears. Die 31-Jährige ist wieder in Top-Form. Das ging leider bei der Sängerin auch nicht ohne wochenlange harte Arbeit. Zweimal die Woche an 90 Minuten Yoga und viele, viele Ausdauertrainings. Aber es hat sich gelohnt. Die zweifache Mutter ist so fit wie lange nicht mehr. Es gab Zeiten, da hat auch die erfolgreiche Sängerin mit ihrem Gewicht zu kämpfen gehabt. Doch für ihre Show in Vegas muss die Entertainerin eben reichlich Kondition beweisen. Aber wie macht sie das? Zusammen mit ihrem Trainer Toni Martinez hat sie einen abwechslungsreichen Trainingsplan erstellt. Und der wirkt. Aber wie sieht es mit dem Essen aus? Was ist mit dem Essen? Was sind deine Essen-Präferenzen? Ich liebe die grundlegenden Dinge, wie Fleisch, Fleisch, Steak, Fisch, sehr grundlegende Dinge. Bei der Sängerin hat diese Kombination auf jeden Fall geholfen. Britney strahlt und stürzt sich von einem Projekt ins nächste. Hoffen wir mal, dass es bei ihr noch länger so gut läuft und der Megastar wieder vollkommen zu sich selbst findet.